mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Ausgabe möchte ich ein Thema aufgreifen, das ich in einer der letzten Folgen schon mal ein bisschen bearbeitet habe. Und das ist das Thema Fitting. Und auch wenn du mir auf Instagram folgst, habe ich ja auch schon ein paar Bilder gepostet, dass ich Anfang des Jahres 2021 auch schon mir neue Driver-Modelle habe geben lassen, die eben für mich als neuer Driver in Frage kommen und konnte diese auf der Driving Range testen, da die Fitting-Studios zu hatten, beziehungsweise eben Golf Götze in weiter Stadt, bei dem ich mich auch bei den Eisen habe fitten lassen und auch für den Driver mich entschieden habe, fitten zu lassen, eben Corona-bedingt nicht öffnen durfte. Daher hat der Herr Götze mir vier Driver, die eben in meiner Preiskategorie und auch in meiner Spielstärke quasi angesiedelt sind, fertig gemacht, hat gesagt, hey, probiere sie mal aus auf der Range, bring mir sie ein paar Tage später wieder zurück und bilde dir schon mal so einen kleinen Einblick, welcher der Driver oder welche der Driver für dich in Frage kommen und welche vielleicht auch gar nicht in Frage kommen. Gesagt, getan. Ich stand zwei, drei Tage auf der Driving Range, habe Bälle gehauen und habe eben recht schnell gemerkt, dass von den vier Drivern, die ich da Probe gespielt habe, in der Konstellation mit dem Schaft etc., zwei auf jeden Fall weniger spannend sind wie die beiden anderen. Und die beiden, die eben weggefallen sind, hat mich selbst ein bisschen erstaunt, denn der Cobra King SZ, der, von dem habe ich nur Gutes gehört, man findet ja auch sehr viele YouTube-Videos, die ihn auch als sehr, sehr guten Driver bezeichnen und eben mein stiller, heimlicher und theoretischer Favorit, bevor ich überhaupt Bälle geschlagen hatte, war die Nummer 4 in diesem Vergleich, also der schlechteste von dem, was ich quasi erlebt hatte und es war, Trommelwirbel, seltsamerweise der Tailor-Made Sim-Driver. Denn da hört man auch nur Gutes oder hat nur Gutes gehört und gesehen auf den einschlägigen Kanälen und da muss ich wirklich sagen, war ich doch sehr erstaunt, dass ich wahrscheinlich einfach nicht für diesen Driver bestimmt bin. Ich gehe davon aus, wenn jemand besser an den Ball kommt mit dem Schlägerkopf und einfach besser drauf tricht, neben auch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit generiert, macht dieser Kopf, der Driver-Kopf, wahrscheinlich einfach mehr Sinn. Und long story short, meine beiden Favoriten, wo ich eben auch gesagt habe, hey, davon könnte es einer werden, die möchte ich mit ins Fitting nehmen, war der Callaway Maverick und der neue Cobra Red Speed XB. XB ist eine Variante der Red Speed Driver-Serie, XB steht für Extreme Back und das heißt, dass das Gewicht im Schlägerkopf weit hinten ist oder extrem weit hinten ist, um einfach noch fehlerverzeihender für den Golfspieler zu sein. Was auf jeden Fall nie verkehrt ist, wenn man da eine Unterstützung bekommt. Und wie schon gesagt, die beiden, der Maverick und der Red Speed XB, waren so meine Favoriten. Damit bin ich auch dann ins Rennen gegangen, habe aber auch schon direkt, als dann wieder die Fitting-Möglichkeit bestand bei Golfgötze in weiterer Stadt, habe ich dann dort angefragt und dann haben wir der Herr Götz und ich nochmal drüber gesprochen, was denn nun bei dem Test rauskam. Er dachte auch, dass vielleicht der Sim mehr was für mich wäre, habe ihm aber gleich gesagt, ganz ehrlich, vom Klang her, vom Gefühl her und von dem, was ich so auf der Range habe fliegen sehen an Bällen, war das nicht der Ball, beziehungsweise der Schläger meiner Wahl. Habe ihm auch direkt gesagt, der Maverick oder der Red Speed XB, das sind so die beiden, wo ich mich nicht wirklich entscheiden kann und dass wir da auf jeden Fall nochmal nachjustieren sollten und beide mit ins Rennen nehmen, um zu schauen, was eben die Zahlen des Trackmans auch sagen. Dazu sei natürlich auch angemerkt, das hier ist eine unbezahlte Werbung, ich bekomme nichts dafür und nichts von einem der Marken, die ich nenne, auch nicht vom Golfshop, irgendwelche großen, wirklichen Erleichterungen, dass man vielleicht sich fünf Minuten mehr mit mir beschäftigt, das sehe ich jetzt mal nicht als Bezahlung an, deswegen eine komplett unbezahlte Werbung ist dieser Podcast, wie die meisten anderen Podcasts übrigens auch. Und genau, was wollte ich dir jetzt eigentlich mit der Podcast-Folge sagen oder was kommt noch auf dich zu, was ich dir noch mit an die Hand geben will, ist einfach wie so ein Driver-Fitting abläuft, was man dort alles macht, was es dir eben auch bringen kann, was es mir eben auch bringt und in der Hoffnung, dass eben mehr Bälle auf dem Fairway landen. Und ja, genau, wie schon gesagt, die beiden Modelle hatte ich ausgewählt, habe eben auch gesagt, hey, da möchte ich mal ein paar Zahlen auch sehen und der Herr Götze hat eben auch gesagt, okay, von den Werten, die er dann generiert hat, macht auch am meisten Sinn. Aber zurück zum Anfang, wie läuft sowas überhaupt ab? Erstens, logischerweise, ein Hygienekonzept muss bestehen, man trifft sich mit dem Fitter der Wahl, egal ob das jetzt ein anstehender Demo-Day ist, die jetzt ja hoffentlich auch bei dir im Golfclub stattfinden, stattfinden werden. Und dann geht man die ganze Sache an, indem man erst mal sich mit seinem eigenen Driver einschlägt, dass man erst mal ein paar Bälle quasi in den Armen und im Körper hat, um dann noch mal ein paar Bälle zu schlagen, die man dann eben auch mit in die Wertung nimmt, um Vergleichs- oder Basiswerte überhaupt zu haben. Gesagt, getan, mein aktueller Driver, den ich noch spiele, ist ein TaylorMade Rocket Balls Stage 2. Und falls dir der Name nichts mehr sagt, macht das überhaupt nichts, der Driver ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube irgendwo zwischen 5 und 8 Jahre alt. Und seitdem spiele ich ihn auch, habe ihn mir damals bei einem Aktionshaus günstig ersteigert und hatte eben kein Fitting damit gemacht. Und da ist mir auch dann letztes Jahr irgendwann aufgefallen, im Jahr 2020, hey, deine Eisen sind gefittet, deine Wedges sind gefittet, beim Ball hast du dich beschäftigt, du hast dich genauso gut auch mit dem Putter beschäftigt, hast da so ein Mini-Fitting gemacht, um einfach da was rauszufinden, ohne blind zu kaufen. Das Einzige, was eben noch nicht gefittet ist, sind die Hölzer, beziehungsweise Holz 3 und der Driver. Beim Holz 3 werde ich jetzt aber noch ein bisschen verzichten, aber ein Driver musste auf jeden Fall ein neuer mal nach der ganzen Zeit her. Macht auch wirklich Sinn, hat auch der Herr Götze gesagt, dass da einfach so viele materielle Fortschritte auch stattgefunden haben in den letzten, sagen wir mal sieben Jahren, dass ein neuer Driver da auf jeden Fall auch eine Spielverbesserung reinbringen sollte. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle Zeit zu sagen, mir geht es nicht darum, jetzt das Maximalste an Länge rauszuholen, mir geht es bei meinen Schlägern vor allen Dingen darum, einfach konstant zu spielen, denn es ist zwar schön, wenn man 270 Meter Carry schlägt, wenn sie aber 10 Meter rechts oder links im Aus sind, sind sie weg und dann ist es auch egal, dann spielt man lieber kürzer und hat aber trotzdem den Ball auf dem Fairway und das macht meiner Meinung nach auf jeden Fall mehr Sinn. Auf jeden Fall zurück zum Fitting. Ein paar Bälle wurden geschlagen, die mit meinem Driver geschlagen, die eben dann auch in die Wertung mit eingekommen sind, dass man eben auch den Körper vorbereitet hat und dann ging es eben darum, mit quasi relativ Standard-Scheften zu arbeiten, dass man sieht, okay, wo geht die Reise überhaupt hin. Und so ein Driver-Fitting läuft dann wirklich so ab, wie gesagt, man schlägt sich ein, bildet Basiswerte mit dem eigenen Driver und schlägt dann den Kopf mit verschiedenen Schäften und verschiedenen Kopfeinstellungen des Drivers in den Simulator und sammelt Werte und testet eben. Und da kam recht schnell bei mir raus, dass ich zwar von außen nach innen an den Ball komme, was mir bewusst ist, auch mit einer geöffneten Schläger, öffnete Schlägerplatte, auch an den Ball komme, was jetzt auch nicht verwunderlich ist bei meinem Power-Fate. Und was dann eben auch recht schnell rauskam, ist, dass mein aktueller Driver einfach zu viel Loft hat. Das fand ich sehr faszinierend, denn als ich mir damals den Driver gekauft hatte, hieß es so die Devise, das High-Lounge-Modell, je mehr Loft, desto höher spielst du den Ball, desto weiter ist er, oder länger ist er in der Luft und desto weiter fliegt er eben auch. Deswegen war, oder ist mein Driver 13 Grad. Mein Tailor-Made-Driver, habe ihn dann vor einigen Jahren runtergedreht auf 11 Grad, man kann nun 2 Grad verstellen. Und da hat mir der Herr Götze auch gesagt, kein Wunder, dass ich eher rechts auf dem Fairway bin, denn bei Tailor-Made sei es wohl damals der Fall gewesen, wenn man die Schlägerfläche verändert durch das andere Einsetzen, das schafft, dass man minus 2 Grad eben einstellt, öffnet sich bei Tailor-Made, oder hat sich bei Tailor-Made die Schlagfläche geöffnet. Würde es jetzt hochdrehen können, was man damit aber nicht kann, glaube ich, dann würde es sich die Schlägerfläche schließen. Somit könnte ich zwar mit einem neutral ausgerichteten Schläger womöglich recht neutral an den Ball kommen, außer eben die von außen nach innen Bewegung, habe aber aufgrund der Schlägerkopf-Einstellung einfach ein geöffnetes Schlägerblatt. War auch eine neue Erkenntnis, wusste ich nicht, erklärt aber den ein oder anderen Schlag, wo ich vom Gefühl her sage, der war doch mittig, aber trotzdem leicht rechts weg ist. Auf jeden Fall haben wir dann das verdaut und dann kam die Erkenntnis, okay, dass es auf jeden Fall ein Stiffschaft sein sollte, dass man da einfach mal ein bisschen spielen muss, denn immer dran denken, Stiff bei der einen Firma heißt nicht Stiff bei der anderen Firma, dass es da auch nochmal einfach namentliche Unterschiede gibt. Dann wurde auch noch ein bisschen mit dem, wie nennt man das, mit dem Kickpoint gespielt, mit dem Talk, oder wie nennt man das, diese Versteifung, Talkwinkel, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber diesen anderen Wert gespielt und hat man eben auch recht schnell festgestellt, dass ein zu leichter Schaft jetzt auch nicht unbedingt das Beste für mich ist, dass wir da auch noch ein bisschen ja im minimalistisch schwereren Bereich uns bewegen. Ich glaube, der neue Schaft, warum ich es nur glaube und nicht weiß, kann ich dir, verrate ich dir gleich noch. Ich glaube, der hat 65, 70 oder 75 Gramm, so irgendwas in dem Dreh rum, und wenn ich mich recht so im Kopf habe, sind so die Standardschäfte für Driver aktuell so um die 60 Gramm. Auf jeden Fall haben wir dann da, wie gesagt, gespielt. Da ich zwei Driverköpfe in die engere Auswahl genommen hatte, wurde eben mit jedem Driverkopf verschiedene Schäfte durchprobiert, wurden verschiedene Einstellungen vorgenommen, das heißt, die Draw-Einstellung gewählt, den Loft hoch, den Loft runter, die Fade-Einstellung gewählt, Loft hoch, Loft runter und alle möglichen Arten an Einstellungen getestet mit jedem Driver, um zu prüfen, was passt am besten, was ist so die Performance des Drivers, also auch am Zahlenwert gesehen, wo ich einfach mehr Konstanz habe, wo ich einfach mehr rausholen kann. Und da hat dann auch der Herr Götze irgendwann zu mir gesagt gehabt, okay, jetzt rein vom Gefühl her, wo bist du? Dann habe ich nur gesagt, ja, ganz ehrlich, der Maverick ist so der Schläger, den ich einfach vom Klang her auch bevorzuge, vom Gefühl her bevorzuge. Und wenn es nach mir geht und die Performance stimmt, dann wird es der Maverick. Dann haben wir uns aber dann nochmal alles angeschaut, haben dann nochmal mit anderen Schäften den Maverick gespielt, oder ich habe ihn dann gespielt und habe eben auch gesagt gehabt, okay, wenn man dann die Performance sieht und den anderen Neuen schafft, der, der, glaube ich, nicht ganz so zum Standard-Fitting-Equipment gehört für den Cobra Red Speed, dass da einfach die Performance weit besser ist. Der Maverick war zwar im Durchschnitt weiter, was die Carry-Länge angeht, hatte aber eben die Ausreißer, also drei von fünf waren sauber, waren auch vollkommen auf dem Fairway, aber zwei von fünf waren eben irgendwo in der Wallachai und das ist dann leider Gottes eben wieder ein Schlag aus dem Ruff oder im Notfall sogar ein Strafschlag und das muss nicht sein. Da war der Red Speed mit zwar ein paar Metern kürzer, wir reden hier von wenigen Metern, maximal fünf Carry, fünf Meter Carry kürzer und hat aber alle Bälle auf dem Fairway gehabt. Und das ist wirklich, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, damit fällt es mir auch leichter. Ich habe eine höhere Konstanz in meinen Schlägen, wenn ich mit dem Callaway Red Speed XB, der eben nochmal extrem fehlerverzeihend ist, in der Standardeinstellung mit niedrigerem Loft, das wird ein 9,5 Grad Loft-Driver, habe ich einfach mehr Performance, mehr Konstanz und ein paar Meter Länge, die dann mehr rauskommen im Vergleich zu meinem jetzigen Driver, aber es ist noch nichts, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt, also das würde jetzt 50 Meter Carry ausmachen. Das ist auch nicht meine Absicht, wie gesagt, Konstanz ist da meiner Meinung nach wichtiger als Distanz und somit hat man das ein bisschen runter reduziert, hat eben auch gemerkt, alles klar, der Schaft bei dem Driver einen vergleichbaren Schaft für den Maverick, hat dann aber der Herr Götze auch noch versucht zu finden für mich, damit er eben darauf meine individuellen Wünsche ein bisschen eingeht, aber auch hier nochmal Probe gespielt, beide im Vergleich gegen die Simulatorwand geschlagen und man hat es wieder gemerkt, Maverick hatte die Ausreißer mit drin und der Cobra Red Speed hatte da diese nicht drin, die waren auch alle wieder auf dem Fairway und da muss ich wirklich sagen, auch wenn ich vom Klang und vom Sättigkeitsgefühl, nenne ich es jetzt mal, wenn ich durch den Ball gehe mit dem Schlägerkopf, vom Maverick einfach überzeugt war und der Red Speed XB kurz davor war, vom Klang her, und ein minimaler Unterschied war, habe ich mich dann trotzdem für den Cobra Red Speed entschieden, denn der hat mir einfach mehr Leistung geliefert, hat mir einfach mehr Performance geliefert, preislich liegen beide auch nur minimalistisch auseinander und dass man wirklich auch sagen kann, okay, dann gehe ich doch auf das 2021er Cobra Modell anstatt auf das 2020er Callaway Modell, auch wenn mir dort die Farbe, die Gestaltung und eben auch die Aufmachung des Maverick auf jeden Fall sehr zusagt, aber nichtsdestotrotz Performance entscheidet und rein vom Gefühl her, wie gesagt, war jetzt der Unterschied nicht riesig, es waren nur Nuancen und deswegen wird es der, ja, Cobra Red Speed XB mit einem Schaft, der, und da kommen wir dann auf das, was ich vorhin schon meinte, jetzt erstmal irgendwo aus UK oder wo auch immer eingeflogen werden wird oder geschickt wird, wie auch immer und daher kann ich es nicht genau sagen, wie viel Kram der neue Schaft haben wird, denn ich habe meinen neuen Driver noch nicht, da kann Golf Götze aber nichts dafür, das liegt wahrscheinlich eher am Brexit und an den, ja, Zollabwicklungen und wie auch immer, was die Pakete von UK angeht, zwischenzeitlich hatten wir auch noch ein kleines Malheur im Suezkanal, was den weltweiten Handel von diversen Produkten auch noch ein bisschen eingeschränkt hat, könnte also auch sein, dass der Schaft auf dem Weg ein bisschen Verzögerung mitbringt und bin aber guter Dinge, dass es auf jeden Fall im, jetzt haben wir Anfang April, dass es dann Ende April oder spätestens Anfang Mai auf jeden Fall mit dem Schaft auch wird und dass ich dann meinen neuen Driver in den Händen halten kann und dann, wenn die Sommersaison, die Golfsaison auch wirklich durchstartet, auch wirklich mit dem neuen Driver eingespielt bin und, ja, hoffentlich sehr, sehr viele Bälle auf das Fairway lege. Und das war so mein kleiner Senf, sagen wir es mal dazu, was das Thema Driverfitting angeht. Ich kann es wirklich nur empfehlen, geh zum Demo-Day, geh zum Fitter deiner Wahl, rede mit demjenigen drüber, welche Möglichkeiten du gerne hättest für deinen Driver beziehungsweise welche Modelle vielleicht für dich eine engere Auswahl kommen. Lass dich fitten, der Schaft macht wirklich einen extremen Unterschied bei den Golfschlägern, nicht nur der Kopf und guck einfach, in welche Richtung es da für dich gehen kann und ein guter Fitter wird dir immer eine große Auswahl anbieten können an diversen Schäften, wird auch recht schnell merken, was für dich passt, was für dich nicht passt und kann dann nochmal in die Feinjustierung gehen, um zu sehen, wie auch du die Performance an den Ball bringst, die du eben an den Ball bringen kannst, ohne dass du deinen Schwung jetzt massiv verändern musst, aber dass eben das Equipment einfach stimmt und der Rest eben an dir liegt. Daher, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, hat dir einen kleinen Einblick in das Thema Driverfitting gegeben, was ich ganz vergessen habe zu sagen, du musst mindestens eine Stunde, eher eineinhalb Stunden bei dem Driverfitting rechnen, damit du auch wirklich alle Aspekte beleuchtet bekommst. Die meisten Fitter nehmen eine kleine Fittinggebühr dafür und die aber oft auch mit dem Driver dann oder mit dem Kauf verrechnet wird und es ist für mich auch vollkommen legitim, dass man sagt, hey, wenn jemand kommt und willst überprüfen lassen, zahlt einen kleinen Betrag und da einfach nochmal ein bisschen die Dienstleistung auch wertschätzt. Und daher hoffe ich, dass dir die Folge Spaß gemacht hat. Wir sind im Frühjahr 2021, es ist Fittingzeit, die Demo-Days stehen an. Ich hoffe, dass sie bei dir anstehen, dass du auch über den Weg dich über das neueste Equipment informieren kannst und das Faszinierende daran ist, dass manche Driver, Hersteller bzw. Golfmanufakturen, nenne ich sie mal, mit den 2021er Modellen gar nicht so weit weg sind von anderen 2020er Modellen. Daher informiere dich, mach dich schlau, lass dich fitten, dass dein Equipment stimmt, und ich wünsche dir viel Spaß auf der Runde, hoffe, dass dir die Folge was gebracht hat und bis zum nächsten und ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail, gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.